Ja, weiter geht's. Immer noch im Krieg. Und wir betteln und betteln, uns in Ruhe lassen. Forschung ist abgeschlossen, die Feuerrate. Ich guck erstmal hier, Plasmabeschleuniger, synchronisierte Verteidigung, was macht denn das? Feuerrate, Waffenschalen, auch nicht schlecht. Plasmabeschleuniger ist natürlich auch nicht verkehrt. Nehmen wir mal das. Ein neues Modul. Flottenkapazität ist bald fertig. Feuerrate, Explosivwerfen. Mal gucken, wann der Impuls trägt. Aha, mannobere Fähigkeit. Oh, Bergbau-Netzwerk 3. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber... Was wir haben, das haben wir. Ja, hier oben habe ich eigentlich ganz schön ausgeräumt. Flottenkapazität erhöht, so neuer Kontakt. Die Besardonen... Fick dich weg. Aha, Rekrutierenskosten. Unterhaltskosten. Unterhaltskosten... Oh, das ist ganz gut. Unterhaltskosten für die Armee weniger. Oh Mann, ey. Okay. Ja, wir stehen irgendwie so mit einem Bein am Abgrund schon. Wir können hier nichts machen. Ressourcenspeicher ist voll. System nicht im Sektor verbunden. Wir müssen das hier erobern, alles hier unten. Und warum ich zum Teufel die befreien will, weiß ich auch nicht. Ja, da hat er schon eigentlich ganz gut gefragt, warum eigentlich. Verhandeln. Ey, was der ernsthaft will, das ist das Junge. Ja, was kann ich denn jetzt noch großartig machen? Ich kann eigentlich nichts mehr machen. Er versucht ja irgendwie den Krieg zu gewinnen. Moment mal, will der eine Visali... Ne, will er nicht, oder? Mal gucken, was passiert, wenn die den Krieg gewinnen. Ich hoffe, dass wir unter deren Kontrolle fallen. Das ist eigentlich sehr, sehr bitter für uns. Kann ich denn noch irgendwas machen? Eigentlich nichts mehr. Auf der Erde geht nichts. Das ging ja schnell. Neue Forschung. Forschung unterstützen. Feldproduktion. Okay. Baudauerplanetare. Montageargument. Spielen. Puzzletheories. Dann Lagermontage. Okay. Machen wir das mal. Tja. Sieht düster aus. Sagen wir mal kurz weiter. Es ist natürlich ein bisschen bitter, dass ich meine Planeten alle verloren habe. Also die zwei, die hätte ich gerne noch gehabt. beiden Prime. Ich bauen das jetzt hier einfach mal aus. Das will ich nicht, hier kann ich noch Physik formen. Warum ist denn der so gepisst? Da sieht Terra Nova aus, hier haben wir Energie, da haben wir auch Energie, da können wir noch was bauen. Was ist los hier, Ingenieursnabor, Mineralien-Silo. Als wäre das nicht genug, kann man natürlich noch andere sorgen. Physikforscher. Akkuse, wie sieht es denn hier aus, hier können wir mal wegräumen. Der ist nicht sehr glücklich. Die haben auch keinen Gouverneur, haben wir irgendeinen frei? Nein, nein, regutieren wir mal einen Gouverneur. Die Wahl läuft. Nein, da wollte ich nicht rein. Mega-Konzernen. Die sind alle so unglaublich überle- ja gut, ich habe ja jetzt auch nicht. Und Branislav Volkov ist der neue Typ an der Macht. Das ist ganz schön. Was ist das? Ah, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, ne, es sind alles, äh, ein paar mögen wir uns, ein paar mögen wir uns nicht, also, mh, alles wäre so, la la. Ähm, was wollte ich jetzt noch machen, genau, auf Akkuse wollte ich noch ein bisschen was rumbauen. Warum will der denn hier nicht? Der ist auch ganz schön gepisst. Musik. Hundert, ja komm, planetare Hauptstadt, warum nicht? Hm, was bauen wir denn hier? Ich glaube, das lasse ich mal noch offen. Ja, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Ich gehe mal auf die Erde und versuche mal hier wieder was zu bauen. Erstmal im Soll-System, ein bisschen versuchen wir es aufzuwider, aber es sieht halt echt nicht gut aus. Unterhaltskosten für die Armeen verringert. Grenzklinik. Es bringt mir die Grenzklinik. Produziert mehr. Warum nicht? Gut. Wir haben jetzt noch ein Konstruktionsschiff, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier sieht es auch noch ganz gut aus. Das ist eigentlich nur so ein Soll-System, wo wir immer noch haben. Oh nein! Oh nein, das geht alles den Bach runter. Was soll ich nur tun? Oh nein. Auf der Erde erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen was zusammen kriegen. Oh, ist das bitter. Das ist wirklich, wirklich richtig bitter. Ich muss mal wieder Kontrolle über ein Reich bekommen. Hier unten sieht es auch nicht gut aus. Sind die denn mit irgendjemandem verbunden? Wie hießen die? Ion. Die sind ja unabhängig. Hier. Ebenwürdig. Die sind nicht angestragt mit Magiriern und demokratischer Italien. Okay. Nächste Forschung ist abgeschlossen. Verteidigungsstation. Da wird, glaube ich, jetzt als nächstes dann noch ein Gaussgeschütz. Fuck. Oh, hier kann man was upgraden. Wir brauchen mehr Zeugs, wenn ich nicht schon volles Zeug hätte. Oh Mann, ist das alles scheiße. Oh Mann, der Raumhafen ist bald fertig. Oh Mann, der Raumhafen ist bald fertig. Dieser mal ganz gross. Oh Machst. Obwohl es mich jetzt nach Toastrailer Gottes gewinnen sollte, Es ist schon eine Schweinerei, dass die Dänen Unabhängigkeit gegeben haben. Oh! Regierungs-Kostenanführer mit Unbericht-Konversationen von Anwälten. Okay. Was zum Teufel. Oh Mann. So, der Grauenhafen ist fertig. Bauen wir gleich danach die Stufe 2. Iden Prime kann ja Sachen bauen, oder? Iden Prime kann ein paar Korbetten bauen. Ich fände das ein bisschen doof, dass man nicht sehen kann, was die genau haben. Was macht denn der? Der hat Schilde, macht aber nicht so viel Schaden. Hm. Dann brauche ich von denen mal ein paar. Wo ist der Abitur? Ich werde mal versuchen zu handeln. Ich habe seltene Ressourcen. Und vielleicht reicht das ja, dass ich da irgendwo reinkomme. Ist die La-Kompakt? Ich guck mal den. Die sind herzig. Ich guck mal den. Die sind herzig. Das ist schön. Ich guck mal den. Wie wäre es mit dem Handelsabkommen? Ich gebe euch eine strategische Ressource. Ich bin dann mit A-Nosed-Dio und nicht bekommen. Nein. Okay. Hm. Da macht er nicht mit, forschen, dann gibt er mir nicht. Fuck, ey Hmm, gibt's denn sonst noch jemanden von dem Stellar Kompakt Wo sind die denn alle? Stellar Kompakt Hier, die hier Ähm, Handelsabkommen Strahl sind die Dinge bei uns Wo habe ich denn Wo habe ich eigentlich eine Botschaft? Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich Botschaften hingepackt habe Botschaften Das sieht man ja eigentlich immer Botschaften Oh, da hat man gar keine Botschaften mehr Sieht fast so aus So, Stellar Kompakt Hier ist noch einer Kann jetzt noch kommen anlegen Wenn er auch nicht Dann gebe ich dir noch Dann gebe ich dir noch eine Botschaften mehr Hier, 400 Glocken bekommst du Vielleicht können wir uns mit denen gut Auch wenn die ganz schön eklig sind Also sie scheinen uns im Moment eigentlich in Ruhe zu lassen Dann lass ich das mal hier Gebäude unterhalb Das sieht halt echt schon bitter aus Was haben die denn alles zerstört Im Sirius-System? Gibt es da irgendwas? Ja, da gibt es einiges Konstruktionsschiff Das gehört alles nach uns Gott sei Dank Auch im Baum-System gibt es noch was Oh Mann, ey Es ist eine sehr, sehr komplizierte Lage In der wir uns befinden Was ist hier? Äh, äh, okay Ich kann auch nicht auf Ich kann aber den Krieg weiter Fühlen, mehr oder weniger Ah, 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 ah Die sitzen auf Akuse Könnte ich vielleicht mal Die Den Raumhafen ausbauen Das mach ich mal Dann werde ich jetzt mal ganz kurz die Flotten bauen Kleiner gestorben Ähm Ich muss mal reingucken Demnächst was die genau haben Damit ich mich darauf einstellen kann Zerstörer werde ich mal nicht bauen Jetzt hier auf der Erde aus Seltsame, äh, Sartramen-Raffinerie Unterhalt, bla 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 Wachstumsdauer minus 15% Unterhaltskosten der Schiffe reduzieren Baundauer Betarian-Kraftwerke Das ist eigentlich gar nicht so schlecht So, Dura-Stahlplatten Mineralien-Sieber Ey, das ist auch gar nicht so schlecht Brauche ich eigentlich dringend mal So, wie sieht es auf der Erde aus? Da wird gebaut Auf Eden-Prime wird Dann die Korvetten gebaut Auf Terra Nova Wird mal nix bauen Und hier Freedom's Progress Im Grissom-System Dann bauen wir mal ein paar Zerstörer Aber in der nächsten Folge erst Mach schon wieder viel zu lange Gucke ich mal, wie es weitergeht Meine Güte, ist das eine ekelhafte Situation In der ich mich hier gerade befinde Ich muss irgendwas machen Damit ich aus diesem verdammten Krieg rauskomme Gegen die Ansonsten versuche ich einfach Ich kann Das ist ein bisschen schade Dass man nicht einfach sagen kann Okay, hört zu Ich will jetzt hier eigentlich nichts mehr von euch Ich könnte Weißen Frieden nehmen Aber Da galt mich halt auch nicht wirklich an Also War mal erstmal ne Flotte Und dann versuche ich mich gegen den irgendwie durchzusetzen Damit ich hier den Frieden bekomme Und dann Muss ich komplett von vorne anfangen Ja, gucken wir einfach mal Bis zum nächsten Mal.